Wenn wir jetzt hier den Wagen anschauen, der mit roten Tränen und roten Kampen steckt, kannst du über diese Funktion einen Wink mit den Händen? Seht er seinen Fans guter Tag? Nein, ich glaube nicht, dass er mir einen guten Tag sagt. Und auch meinen Kollegen, das ist der Schiedsrichter, der den Kampf leitet. Und auch schauen, dass er den Startkommando gibt. Und dann auch schauen, dass die Athleten keine Fälle bringen. Und wenn es so ist, dann zeigt er das Anzeige. Wenn wir das immer ein bisschen abwarten, die Schiedsrichter, dann zeigt er mit den Anzeigen, wer gewonnen hat. Er zeigt, dass er eigentlich mit dem Wagen steht auf Erwarnungen. Durchverwarnungen, Heimverwarnungen, Heimverwarnungen. Das sind hier Teile. Und die Schiedsrichter, wenn wir schauen, wenn wir nach links und rechts in den Wagen gehen, wenn wir bei dem Wagen sitzen. Das sind diese Untertitelung, in der Regel auch bei dem Wagen stehen. Vielen Dank.